Ja Freunde, ich grüße euch. Willkommen zum dritten Tag von dem Virus seit dem Tagebuch. Und ja, was machen wir gerade? Was mache ich gerade? Was läuft heute so? Ja, erstmal langsam aufgestanden zum neuen. Ja, da bin ich crazy im TeamSpeak gesessen, nochmal zweimal aufgenommen. Jemals eine Stunde. Boah, jetzt kann ich mal ein bisschen kopieren, dann geht es das Render gleich los. Ja, jetzt kann man ein bisschen chillen. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Keine Ahnung, ob ich da gleich Bock zu haben oder nicht oder so. Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich nicht Hunger habe. Das macht mir ein bisschen schmutzig. Ja, dann gucke ich gerade so ein bisschen bei YouTube und antworte gerade auf zwei, drei Kommentare. Und ja, in dem Sinne, weiß ich nicht, ob ich da die Leute noch sehe, ob der Sven nochmal vorbeikommt oder was den ganzen Tag so läuft. Mal abwarten. Und in den Dings, ja, wir haben an unserem Coop Let's Play, der Crazy und ich noch was wieder gemacht, so. Aber das hatte ich ja schon erwähnt. Kommt jetzt demnächst aus, klar. Freue ich mich, freue ich mich echt riesig drauf. Ne, ich bin bestimmt geil. Bin auch am überlegen, ob ich das Intro schon rauskloppen soll oder auch nicht. Mal abwarten. Und ja. Ich frage euch mal, ja, und, was habt ihr heute so Schönes gemacht? Könnt ihr aber unter dem Video hier mal kommentieren. Ich weiß, dass es die wenigsten von euch sowieso nicht machen. Aber, ja, wenn ihr so mal guckt, dann schmeißt doch unten einfach mal Kommentare an, Mensch. Das ist doch kein Beinbruch. Würde mich freuen, aber jeder YouTuber freut sich, wenn man eine Antwort kriegt. Deswegen, ja. Alle da draußen, peace, seid gegrüßt. Ich wünsche euch schön. Was haben wir heute, Crazy, Dienstag, ne? Wir haben heute Mittwoch. Mittwoch, okay. Ich wünsche euch schönen Mittwoch. Ciao mit Frau, euer Virus.